Hallo, Ladezeit! Ja, frag dich das mal. Okay, ähm. Wir haben jetzt hier nur noch das Badezimmer offen. Vorschlag. Also da ist ja was zum Aufwachen. Vorschlag, ich gehe nach unten. Speicher. Und dann durchsuchen wir mal das Badezimmer. Oh, Kraut! Wo ist das das Badezimmer? Kann ich hier runter? Oh Gott, ich würde... Ah! Oh, mir geht's gut. Okay, ich speichere mal eben, falls was passieren sollte. Ähm. So, wir haben jetzt vier Kraut. Zwei chemische Flüsse. Also hier, diese Chemikalie. Flintenmunition, Schießpulver. Wir haben 35 Schuss. Die Videokassette kann ich auch weg tun. Ich glaube, ich mache mir noch einmal... Wir haben zwei Chemikalien. Ganz ehrlich. Ich mache mir einmal... Munition. Passt. Passt. Oh, was geht da? Hm. Okay. Da kommen wir ja nicht hoch. Ja, 45 Schuss. Das sollte, glaube ich, reichen. Okay, Oma ist noch da. Was war das sonst? Was war das sonst? Ich kann mir halt nicht vorstellen, dadurch, dass Daddy da unten weg ist, wird er uns bestimmt... Mit Sicherheit. Es ist viel zu lange, viel zu ruhig gewesen. Eww. Eww. Ich würde hier eigentlich gar nichts anfassen. Ja, also das Haus an und für sich ist schon groß. Was kann man so sagen? Küche, Essimmer, Wohnzimmer, Speisekammer. Ich glaube, dass hier in der Mitte war auch so eigentlich das, was hauptsächlich bewohnt war. Was mich hat so ein bisschen, wir haben zwar einen Waschraum, aber es gibt nur ein Badezimmer und das Haus ist einfach riesig. Das macht gar keinen Sinn. Haben wir noch Schlafzimmer, Abstellraum, Kinderzimmer, Zimmer der Großmutter. Was eigentlich auch nur eine Abstellkammer ist, wenn wir mal ehrlich sind. Also von der Aufteilung her ist das irgendwie ganz merkwürdig. Und das hier mit Küche, Esszimmer, Wohnzimmer, Speisekammer ist fast so groß wie Freizeitraum und Zimmer der Großmutter zusammen. Jetzt fehlen nur noch die Schritte vom Endgegner. Hä? Also ich weiß, dass dieses Spiel noch einige Zeit geht. Oh, ich habe Breaking Bad Flashbacks. Ich glaube, die brauchen wir unten für ein abscheulicher Haufen von wer weiß was. Ja, ja, ja. Also beide Resis, die wir hier im Stream schon gespielt haben. Hi! Meine Kleine hat uns eine Gabe gegeben. Und diese Gabe ist immer was. Tschüss! Ha, ha, lass mich doch rein. Komm, er kommt hier nicht rein, ne? Er kommt hier rein. Er kommt hier nicht rein, oder? Er kommt hier nicht rein. Nein! Er ist Sarkarfeier, er kommt hier nicht rein. Nein, nein. Nein, nein. Boah, ich hasse ihn. Nein! Nein! Dauert nicht mehr lang, dann find ich dich und leg dich auf! Nein! Du kannst dich nicht verstecken, Junge! Und du bist das, was ich alles kann. Fack, wenn ich wüsste, wo der ist! Fack, ich weiß halt nicht, wo der ist. Fack, ich weiß halt nicht, wo der ist. Das war's! Wuhu! Das war's echt Spaß! Oh Gott! Aber ich glaube, wir sind hier sicher. Das ist halt so dieser typische Safe Room, ne? Da vorne steht er. Ah, er kommt wieder in unsere Richtung. Ich will nur mal ausprobieren, ob er uns hier jetzt sieht. Oh! Ja, er sieht uns, aber er kommt hier nicht rein. Ich fände es geil. Ich bin ein alter Mann, Junge! Du kannst dich mit deinem alten Mann aufsehen! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Lauf! Iso, lauf! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es sieht so. Er ist doch durch die Wand gegangen! Ha, ha, ha! Ah, ha. Das musst du schon besser machen, Junge! Er ist einfach durch die Wand! Ich habe gedacht, ich konnte mich schon lang schlägen! Nö! Nö... okay, sei ein Digital dernière malt & es ist lieg kitten! Aber ich habe es probiert. Ich habe es ehrlich probiert. Ich habe gedacht, wir können die Wand vielleicht einfach so ganz lassen. Ich will nicht mehr. Ich bin doch gerade da gesehen. Ja, es ist halt da vorne, ne? Ja, schon. Aber er ist doch da vorne. Ja, es ist halt da vorne. Ja, es ist halt da vorne. Auf jeden Fall. Erst bei der Muddy und dann jetzt bei ihm gerade. Ich muss durch die Tür. Das ist halt das Problem. Wo ist mein Kleider, Ethan? Ich will eigentlich, dass er jetzt da hinten wieder rumgeht, dann habe ich nämlich genügend Zeit, vorne rum zu gehen. Ich sehe hier halt nichts, das ist echt geil. Ja, also ich kannte den Anfang, deswegen war das okay mit mir und so. Das war schon hart, aber es war okay. Ich habe mir aber nicht vorgestellt, dass es so hart ist. Ich habe es so hart. Vielen Dank. Ich höre halt seine Schritte, das ist das Ding. Aber er ist jetzt da drüben. Ich warte jetzt eben, bis er hier wieder in den Flur geht und dann einmal vorne rumläuft. Wo bist du? Er ist halt direkt hinter der Tür, ne? Er ist direkt hinter der Tür, der Wichser. Sorry, ich bin eigentlich nicht so, aber... Oh. Ja. Oh. Das ist Taylor. So. Oh. Weißt du, econisch. Das ist halt das Ding. Ich höre jedes Mal seine Schritte wieder. So ein Röntgenblick wäre jetzt geil. Ich kam doch eben direkt auf die Tür zu. Warum geht er nicht durch die Tür durch und dann da hinten wieder Richtung Küche? Geh doch weg! Das Ding ist, das haben wir ja gerade eben schon gesehen, wenn der Gegner zu nah dran ist, kannst du halt dieses Schattenrätsel nicht machen. War das ja zu... es ist ja zu gefährlich, so ein Kackrätsel zu lösen. Ja, wenn du da die ganze Zeit stehst, dann gibt es da auch keinen Weg raus. Geh doch weg! Dann bin ich, dass es nach oben geht. Und so stand Ethan herum, feines Gespinst, begann sich in seinem Ohren abzulagern. Ja. Ich versuch's ja, aber ich... Ich warte halt einen ganz bestimmten Punkt ab, weil ich hab keine Lust, dass er uns mit seinem... Keine Ahnung... Konvektier... Egal wie das Ding heißt. Tapfer unterdrückte er den Staub auf. Machstas im Gehen... Das ... ál? Ja. Fast, noch? Jetzt sieht es aus wie ein Huhn. Bock, bock! Entschuldigung. Das passt noch nicht ganz. Ja, warte. Wer baut diesen Mist? Ja, das frage ich mich auch, Ethan. Danke, dass du die Frage gestellt hast. Oh Gott, was ist das? Was ist das für Hölle? Denne Daddy uns hier auch. Ah, das ist wohl Munition. So. Psychotonikum. Ist das wohl Munition? Flüssige Chemikalie. Ja, zwei Köpfe. Die Couch hat auch schon mal bessere Zeit. Wartest du? Oh, staubig. Das ist wohl gut. 14. Juni. Mann und Ehefrau im Urlaub. Der Mann war ein Erfolg. Er ist der Zwölfte. Leider war die Frau nichts, also werden wir sie beseitigen. 7. Juli. Drei College-Studentinnen sind alle vergammelt. Lukas ist ein verdammter Idiot. 13. August. Obdachloser Mann in drei Tagen gewandelt. Er ist der 13. Ohne hier Kinder. Das ist Mia. Ja. Ja, da brauchen wir dann Dietrich. Was haben wir hier? Ihhh. Ihhh. Oh ja, schön im alten Aschenbecher. Mhm, mhm, mhm. Was könnten all die Opfer sein? Weiß nicht. Ich würde gerne speichern. Was sind wir denn hier? Ich würde unglaublich gerne speichern. Kann ich hier? Oh, okay. Lass mich bei, Jan. Lass mich bei, Jan. Jetzt doch. Was? Was bist du? Fuck. Geh weg! Niiiihihihihihihihih! Québec! Nein! Niiiihihihihihihihihih! Die Küsse macht gut. Wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Die Küsse macht gut. 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 Die Küsse macht gut.